Für über 100 Jahre gründete Christian Gröber das Familienunternehmen in Stuttgart. Unser Leitspruch ist, wir sind ein Familienunternehmen mit Blick stets nach vorne. Dies ist für uns nicht nur ein Spruch, sondern unsere DNA fest verankert. Mit 70 Mitarbeitern haben wir uns auf das Thema Raum und Fassade spezialisiert. Seit 1905 betreiben wir Forschung, Entwicklung und echtes Handwerk. Mein Name ist Hermann Blattner, wir haben bereits einiges erlebt und freuen uns in der Serie Inside Handwerk unsere Geschichte erzählen zu dürfen. Sehr gut, würdest du was ergänzen zu meinem Text, den ich geschrieben habe? Oder würdest du sagen, das passt so? Für mich steht im Fokus, dass wir ein Familienunternehmen sind und dass wir traditionelles Handwerk betreiben, also mit eigenen Mitarbeitern, ohne Subunternehmen, mit eigenem Gewerk. Und dass wir versuchen auch viel auszubilden und insgesamt ein familiäres Unternehmen sein wollen, also auch unseren Mitarbeitern, unseren Kunden gegenüber, unseren Lieferanten gegenüber. Das ist so unser Fokus eigentlich. Subunternehmen finde ich ein interessantes Thema tatsächlich, weil das hat sich ja schon mehr oder weniger, ich habe das vor vielleicht fünf, sechs Jahren erst so richtig mitbekommen, dass Handwerksunternehmen auch mit Subunternehmen zusammenarbeiten. Was glaubst du denn, was ist denn deine Einschätzung, warum hat sich denn das so eingebunden, warum braucht man Subunternehmen? Ja gut, Subunternehmen, da muss man ein bisschen unterscheiden, finde ich jetzt bei uns im Gewerk vor allem, also Subunternehmer aus dem eigenen Gewerk, die unsere Arbeit machen oder Subunternehmer aus anderen Gewerken, die wir mitbeschäftigen, um den Kunden eine Komplettleistung anzubieten. Das ist für mich ganz was Verschiedenes. Subunternehmer aus dem eigenen Gewerk braucht man einfach, um mit billigeren Mitarbeitern bessere Preise anbieten zu können und in verschiedenen Geschäftsfeldern konkurrenzfähig zu sein. Also wir können mit unserer Firma nicht im Neubau und nicht im Projektgeschäft oder nicht bei Bauträgern arbeiten, weil wir da einfach zu teuer sind. Unsere Mitarbeiter sind da zu gut bezahlt und auch nicht so leistungsfähig, weil sie nicht so spezialisiert sind auf diese speziellen Tätigkeiten, ob das jetzt Nassboots oder Trockenbau ist. Da gibt es Unternehmer, die mit verschiedenen Subunternehmer-Kolonnen sogar, also auch abgestuft noch, dann den letzten Preis rausdrücken, dadurch, dass die Mitarbeiter hoch spezialisiert sind zum einen, aber halt auch einfach viel weniger verdienen als unsere Mitarbeiter. Und da wollen wir uns raushalten, weil das immer auch so ein bisschen abdriftet in den grauen Markt oder oft. Ich will dann nicht jetzt sagen, dass das alles illegal ist, überhaupt nicht, aber es ist halt nicht unser Ding. Wollen wir nicht. Extrem spannendes Thema. Wir werden auch nachher nochmal über Mitarbeitergewinnung auch sprechen. Da freue ich mich schon. Für den Höflichen und den Baustein ist es heute eh was ganz Besonderes, mit einem Geschäftsführer von einem Unternehmen zu sprechen, das, ich glaube, knapp über 70 Mitarbeiter irgendwie so rumführt. Und das ist extrem interessant. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die heutige Reise. Und ich würde mich jetzt auch freuen, wenn wir so eine kleine Runde machen und du uns so ein bisschen durchführst. Ja, klar. Machen wir gern. Du hast vorhin auch in meinem Text vorgelesen, ihr betreibt Forschung. Das ist so ein Thema. Da frage ich mich, Handwerk und Forschung, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Obwohl, mir fällt gerade ein, ich habe ja früh beim Wirt gearbeitet, zehn Jahre lang und der Wirt betreibt auch Forschung. Aber wie hängt das denn bei euch? Ist es was Ähnliches? Ja, also wir verstehen das ja nicht mit einem weißen Kittel im Labor und wir erforschen. So stellt man sich das vor. Das ist nicht das, was wir tun. Aber tatsächlich haben wir, ich bin ja so ein bisschen im Verband auch engagiert und da versucht man auch innovative Dinge an den Start zu bringen, vor allem im Bereich Digitalisierung. Und da gab es halt Forschungsprojekte, die darum gingen, Digitalisierung im Handwerk, was kann man da machen und wie kriegt man zum Beispiel Baustellen gewerkeübergreifend organisiert, solche Themen. Und da gab es ein Forschungsprojekt, wo wir dann mitgemacht haben und haben da tatsächlich Forschungsgelder dann dafür bekommen. Und das ist auch der Grund, warum wir den Manuel einstellen konnten, der eigentlich sich dann nur um die Digitalisierung bei uns gekümmert hat. Das hat sich über dieses Forschungsprojekt finanziert. Also bei dem ersten Projekt ging es Convertees, da ging es um Variables, also irgendwelche Brillen mit Augmented Reality und so Zeug. Und das hat sich dann aber auch bei uns auf der Baustelle nicht so richtig bewährt. Also das war dann irgendwie nicht so das, aber man konnte das Projekt dann auch so ein bisschen aufweichen in Richtung Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Büro über Apps und solche Geschichten. Also das war dann tatsächlich so der konkrete Anwendungsfall, auf den es dann eher rauslief. Und im Moment haben wir tatsächlich kein Forschungsprojekt erdört. Aber wir sind trotzdem dadurch, dass wir halt da mitgemacht haben, immer wieder dran und versuchen Dinge vielleicht auch wieder zurückzudrehen, wo wir sagen, hey, das funktioniert nicht. Das ist so irgendwie cool, weil es digital ist, aber es ist irgendwie doof, weil es nichts bringt. Also das sind so die Dinge, wo wir jetzt versuchen, eher vielleicht wieder, ich sage immer, keep it simple and stupid. Also einfach einfache Lösungen, wo er den Mitarbeiter auch versteht und wo er auch einen Mehrwert erkennt. Also in dem Moment, wo er erkennt, okay, das ist jetzt besser wie einen Zettel schreibe, wenn ich nur ein Bild mache, dann macht er es auch. Aber wenn ich ihm sage, hey, du musst uns hier irgendwelche Aufsätze schreiben, dann macht er es halt nicht. Ob es digital ist oder nicht, ist immer egal. Da würde ich tatsächlich nachher nochmal gerne auf das Thema Digitalisierung, wenn wir nachher auf der Baustelle sind, mal näher darauf eingehen, weil es tatsächlich ein großes Thema ist. Auch die Frage, hat man auch überhaupt die richtigen Mitarbeiter am Ende des Tages, die auch die Digitalisierung nutzen sollen und erleichtert es dann auch? Vielleicht kriegt man dann auch die ein oder andere Mitarbeiterstimme noch, mal schauen. Jetzt ist man Geschäftsführer von so einer Firma. Kennt man alle seine Mitarbeiter mit Namen? Ja, ja, die Mitarbeiter schon. Also ich habe Zeit mitgebracht. Nein, also die Mitarbeiter kennen wir natürlich miteinander, die stelle ich ja auch alle selber ein. Und tatsächlich tut mir, ich tue mich manchmal mit Gesichtern ein bisschen schwer. Also das ist tatsächlich so, dass auch wenn ich einen Kunde irgendwie nach zwei Jahren wieder setze, oh. Also da wäre ich ein bisschen das Problem. Aber die Mitarbeiter, die kennt man schon. Aber man kennt natürlich nicht die tausend Baustellen. Also das ist tatsächlich das. Also wir sind so organisiert, dass meine fünf Meister, die ich angestellt habe, dass die eigentlich wie kleine Chefs agieren. Die schreiben Angebot, die führen ihre Mitarbeiter, die machen die Abrechnung. Also die machen im Prinzip komplett selber die Abwicklung von so einem Projekt. Und dadurch bekomme ich da in der Regel von den meisten Baustellen gar nicht mehr viel mit. Das ist tatsächlich so. Aber ich bin schon noch viel draußen und berate Kunden und versuche einen Auftrag zu bekommen, wenn es um Komplettsanierungen geht, energetische Sanierungen. Das ist so unser Thema, wo ich dann das Angebot mache und wo ich dann, wenn dann der Auftrag hoffentlich kommt, dann zum Meister sage, hey Philipp, das wäre deine Baustelle oder egal, es wäre, übernimm die bitte. Und dann stelle ich den Meister vor und dann macht der die Abwicklung ein. Also ich selber bin jetzt so in der tatsächlichen Bauleitung nur noch so ein bisschen da. Aber früher habe ich das ganz viel gemacht. Also das war schon auch bis vor kurzem eigentlich so. Wie ist deine Führung? Also würdest du sagen, dass deine Führung eher modern ist, also auch freundschaftlich? Oder wie würdest du das selber einschätzen? Wie gehst du damit ein? Modern oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das haben wir vorher schon ein bisschen besprochen. Ich finde, das Unternehmen passt sich immer ein bisschen dem Chef an und auch die Führung. Ich kann mich ja nicht verstehen. Ich bin, wie ich bin und ich glaube schon, dass ich sehr, ja, sehr freundschaftlich führe. Also bei uns gibt es kein Geschrei und kein Geschimpfe und so. Ich versuche eher, aus ihnen zu weisen und zu sagen, hey, das finde ich irgendwie aber komisch. Oder wieso läuft das jetzt so? Also so in der Art. Aber insgesamt ist es, glaube ich, sehr freundschaftlich bei uns und auch ein sehr guter Spirit hier im Büro auf jeden Fall. Das lasse ich selbst. Und wir versuchen auch, da gibt es auch keine Streitereien oder auch kein Mobbing oder so. Jetzt hier, das würde ich auch gern zulassen. Also es wäre relativ schnell beendet, so was. Und wir haben auch viel Spaß. Wir lachen eigentlich jeden Tag mehr, als dass wir arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Geheimnis, warum es dann am großen Ende auch funktioniert. Also das, anders könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also das muss mir ja auch Spaß machen als Chef. Wenn du jetzt hier jeden Morgen reinkommst und erstmal alle zusammenpfeifen musst, dann hätte ich auch keinen Spaß. Und umgekehrt ist das ja für die Mitarbeiter. Man kann sich das auch heute, glaube ich, gar nicht mehr erlauben. Mit so einem ganz autoritären Führungsstil, wo man sagt, hey, ich bin der Boss und so wie ich und sonst gar nicht. Herzgefälle. Ja, ich glaube, dann hätten wir bald keine Mitarbeiter mehr. Und wie gesagt, das würde ja auch keinen Spaß. Ja. Wo finden die Vorstellungsgespräche statt? Wo ist es? Da drüben in deinem Rübentisch. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hin, weil da hätte ich nämlich noch die ein oder andere Frage zur Mitarbeitergewinnung. Wenn ihr das macht, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie das ist, wenn wir in einem Vorstellungsgesprächs. Ja, das können wir mal sagen, wer mal rüber sind für uns damals. Mitarbeitergewinnung ist ein Riesenthema. Auch für euch wahrscheinlich immer wieder neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ja. Wenn du so viele Projekte hast, dann braucht man die ja auch draußen auf der Baustelle. Wenn du jetzt einem anderen Unternehmen einen Tipp geben müsstest, der sagt, ich finde keine Mitarbeiter, was macht ihr denn anders? Also wir finden viele Mitarbeiter über die Empfehlung von eigenen Mitarbeitern. Also Mitarbeiter, die sagen, hey, bei uns ist es cool. Und die dann einen Kollegen mitbringen oder einen Verwandten oft natürlich heute auch. Wir haben ja viele Mitarbeiter, die auch jetzt, was weiß ich, aus Portugal oder Albanien oder jetzt Afghanistan kommen. Und die dann sagen, hey, hier ist total cool, hier muss ich herkommen. Und dann sitzt plötzlich der Freund, der Schwager, der Sohn hier und bewirbt sich. Und das ist so das, wo wir jetzt also außerhalb von irgendwelchen Werbeaktionen dann Mitarbeiter eigentlich ganz gut akquirieren können. Auch gerade bei Lehrlingen ist das auch ein Thema. Da haben wir auch das, dass ein Lehrling sagt, hey, ich habe da einen Kumpel und der findet das irgendwie cool, was ich erzähle. Und der bringt dann den Kumpel mit und der sagt dann, naja, wenn ich mit dem zusammen in die Klasse darf, dann komme ich auch und so. Also das ist so, dass wir gerade Mitarbeiter kriegen. Aber jetzt natürlich das Thema wirkliche Facharbeiter, die dann fertig sind und die man dann direkt auf die Baustelle als Vorarbeiter stellt, die laufen bei uns auch nicht hier die Türe rein und sagen, hey, ich würde gerne mal hier mal starten. Also das ist dann auch eher die Ausnahme. Das muss man auch fairerweise auch sagen. Also ich stelle mir jetzt mal eine These und du kannst mal beantworten, wie du das siehst. Also ich glaube schon auch, dass man als Unternehmen, Anwaltsunternehmen auch schon schauen muss, dass man auch in der Online-Welt immer so dieses Grundrauschen, das habe ich letztens gelernt von jemandem. Und das Grundrauschen online, um einfach immer präsent zu sein. Ob es jetzt Instagram, Facebook, TikTok, man kann davon halten, was man will, aber das ist einfach die Zeit, wo man vielleicht auch mitgehen muss. Wo man einfach immer irgendwo, oder Thema Podcast, auch eine neue Generation abholen. Und da geht es nicht nur darum, auch das, was wir jetzt hier machen, Kunden zu gewinnen, gar nicht. Sondern es geht einfach darum, sich zu präsentieren. Und wenn jemand drauf stößt, wo stößt der da drauf heutzutage? Garantiert nicht über die Frankfurter Allgemeine Zeit. Ja, genau. Ich bin überzeugt, jeder Kunde, wenn wir doch wieder auf die Kunden gehen, schaut, bevor er hier anruft, auf die Homepage. Und das wird so sein. Und wenn es die nicht gibt, dann ist er mindestens verunsichert. Also wenn er an den Tag geht, dann brauche ich gar nicht anrufen, weil den gibt es ja gar nicht. Also die Homepage ist elementar, denke ich. Also das ist wichtig. Und das, was du gerade gesprochen hast, das Social-Media-Thema, ist schwierig, finde ich. Weil das in einer guten Qualität zu machen und dann trotzdem authentisch zu bleiben, also das ist jetzt entweder irgendwie ganz professionell, das ist ja nicht gut, aber dann irgendwie ganz schlecht. Oder einfach nur so ein Mitarbeiter filmt mal was und das poste ich dann, ist auch nicht so richtig gut. Nochmal das Thema Mitarbeitergewinnung, also welche Ausbildungen bietet ihr denn an? Was kann man bei euch lernen? Ja, bei uns kann man klassisch natürlich Stuttgart-Türlern. Wir sind Stuttgart-Türbetrieb. Und dann haben wir jetzt auch einen neuen Ausbildungsgang im Stuttgart-Bilderbereich. Der heißt Ausbau-Manager. Der spricht Abiturienten an oder Leute, die ein Studium abgebrochen haben oder jemand, der schon eine Lehre gemacht hat und sich da unzufrieden war. Also er braucht halt eine Fachhochschulreife. Und dann kann der in drei Jahren den Meister sogar machen. Also das ist eine Ausbildung über den Gesellen zum Meister hin. Und der Titel ist dann Meister Plus oder Ausbau-Manager. Der macht da so eine kleine Diplom-Arbeit, hätte ich jetzt aus meiner Generation gesagt. Heute heißt es ja Bachelor oder was weiß ich noch, keine Ahnung. Und ansonsten bilden wir, glaube ich, so sieben, acht Lehrlinge in der Regel immer aus. Und da haben wir auch viel Spaß dran. Und das ist auch notwendig, weil das ja auch die Zukunft von der Firma ist. Also ich finde es auch sehr schade, dass viele Kollegen heute die Ausbildung nicht mehr machen aus irgendwelchen Gründen. Also klar gibt es da viele Gründe, die man finden kann. Die Jungs sind halt anders wie früher und was weiß ich. Aber ohne Lehrlinge gibt es keine Zukunft, auch für die Gesellen. Also das ist auch Thema Mitarbeitergewinnung. Wenn ein Geselle sieht, dass hier niemand mehr nachkommt, dann sagt er irgendwann, oh ey, puh, bin ich hier eigentlich richtig? Oder wie dann gibt es den Betrieb noch? Oder wie sieht denn das in zehn Jahren aus? Und ich glaube, allein schon, damit die Mitarbeiterbindung ins Unternehmen rein, also dass die sehen, hey, hier gibt es eine Zukunft, ist es wichtig, dass man ausbildet. Und wenn wir uns sagen, machen wir uns mal auf zum Stefan. Ja, genau. Schauen wir mal, was wir treiben. Ja, das können wir gerne machen, ja. Jetzt sind wir bei der Baustelle angekommen. Ja. Ein spannendes Projekt, das ich schon mitbekommen habe. Aber vielleicht, wo sind wir denn überhaupt? Ja, wir sind jetzt in Esslingen-Zollberg, auf einer Baustelle, die für uns eher so untypisch ist. Wir machen hier nur die Deckenheizung. Also wir machen gerade die ganzen Stuckateur- und Malerarbeiten, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Sondern die Energieberaterin hat uns hier empfohlen. Also wir arbeiten ja viel mit Energieberatern auch zusammen. Wir haben auch Wärmedämmung machen am Gebäude. Und die ist ganz begeistert von dem Thema Deckenheizung und Kühlung. Das, was wir so ein bisschen jetzt als neues Geschäftsfeld entdeckt haben. Und das ist jetzt tatsächlich eine Baustelle, wo wir einfach nur die Decke machen. Als Trockenbau-Konstruktion, das ist eine klassische Gipskarton-Decke. Nichts Spannendes eigentlich. Aber halt mit diesen funktionalen Platten. In die Platten haben wir Heizrohre eingefräst und die verbinden wir nachher. Dann haben wir eine Flächenheizung an der Decke und auch Flächenkühlung an der Decke. Was sind so die Vorteile? Gibt es da überhaupt Nachteile? Ja genau, also wir haben ja das Thema Wärmepumpe. Heizungsgesetz, totale Katastrophe. Politik macht eigentlich da keinen guten Job gerade. Erst mal Sommerpause. Ja, ja, jetzt hat sie dann gerade Sommerpause. Aber tatsächlich, eine Wärmepumpe braucht große Flächen, um mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten zu können. Deswegen ist in der Regel die Fußbodenheizung sozusagen das, was da ideal ist, um eine Wärmepumpe zu betreiben. Aber gerade im Altbau ist das ein Problem, weil ich habe Türen, ich habe Treppen. Ich habe alle möglichen, vielleicht auch einen Parkettboden, der gut ist. Also ich kann nicht unbedingt an den Boden gehen, um eine Fußbodenheizung nachträglich zu verlegen. Das ist ein Problem. Und wenn man dann sagt, hey, an der Decke muss ich vielleicht eh was machen, weil die nicht mehr schön ist oder krumm ist oder auf jeden Fall, ich da vielleicht auch Downloads einbauen will oder irgendwas, dann haben wir gesagt, hey, wenn ich an die Decke eh muss, dann kann ich durch die Flächenheizung auch an die Decke machen. Und die Wärme ist viel angenehmer als vom Boden, weil das, wie die Sonne als Strahlungswärme kommt, wir haben keine Konvektion mehr. Früher ein Heizkörper, da strömt ja die Luft vorbei und dann gibt es so eine Luftwalze, gibt es viel Staub und gibt es Zugerscheinungen an der kalten Wand. Und eine Deckenheizung funktioniert ohne Luftströmung, einfach nur, die erwärmt die ganzen Gegenstände im Raum. Und das ist was total Spannendes, weil dann haben wir eine ganz gleichmäßige Wärme und haben ein ganz angenehmes Raumklima auch hinterher. Und der Klo ist eigentlich, dass so eine Deckenheizung auch kühlen kann. Einen Fußboden kann ich nicht kühlen, weil da kriege ich kalte Füße, auch im Sommer. Also wenn ich einen Fußboden kühle, dann habe ich kalte Füße und das will ich nicht. Auch nicht, wenn es mir so warm ist jetzt. Eine Decke, wenn ich die kühle, dann geht die Wärme vom Kopf, die strömt tatsächlich, also die Wärme geht immer zur Kälte, deswegen auch Wärmebrücke. Und dann hat man ein ganz angenehmes Raumgefühl, weil man das Gefühl hat, hey, hier drin ist irgendwie angenehm kühl, weil man halt die Wärme abgeben kann an die Decke. Macht ja auch dann in einem Badezimmer auch total Sinn, oder? Ja, absolut. Tümmelbildung und so weiter. Ja, genau. Also das ist immer die geniale Sache. Ja, genau. Also im Bad haben wir manchmal das Problem, dass die Heizfläche nicht groß ist, weil das Bad ein Grundriss klein ist, aber dann nimmt man einfach noch eine Wand mit. Also man kann so eine Platte natürlich genauso an die Wand schrauben. Und dann hat man da mehr Fläche und dann hat man die Wärme wieder, die man braucht. Es geht ja immer darum, kriege ich genügend Energie in so ein Haus rein, damit es dann auch wirklich warm wird. Und das macht man halt über das Lächeln. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ich so ein bisschen mehr einblicke über Digitalisierung. Dafür steht ihr ja auch. Ja. Aber vorher hatte ich noch eine untypische Frage an dich. Ja. Und zwar, ich lese die ganze Zeit Gröber, ja, das ist ja der Unternehmensname. Jetzt heißt du aber Plattner. Ja. Das verwirrt mich komplett. Erzähl doch mal, warum heißt du Plattner und arbeitest als Geschäftsführer bei der Firma Gröber? Ja, vor allem, wir sind ja Familienunternehmen. Also ich bin ja schon der Reganer, der die Firma gekauft hat oder so. Okay. Tatsächlich, mein Urgroßvater hat die Firma gegründet, der Christian Gröber. Und der hatte zwei Töchter. Und eine davon hat den Hermann Blattner gehörert, mein Opa. Der gleiche Vorname hat wie du? Ja, es gibt schon fünf Hermann Blattner. Und so kam das, dass der Name gewechselt hat, einfach weil praktisch die dann wieder Söhne gehabt haben, die zwei. Und einer der Söhne hat dann, das war mein Vater, der hat dann die Firma übernommen, bei der sie geerbt hat sozusagen. Und dann bin ich noch hinterhergekommen als vierte Generation. Und meine Kinder sind jetzt schon am Start, beide Stokateurmeister. Also natürlich auch Plattner. Ja, klar. Tatsächlich werde ich oft mal als Gröber angesprochen, finde ich dann auch nicht schlimm. Du kümmerst dich ja hauptsächlich um das Thema Digitalisierung bei euch im Unternehmen. Ich finde auch deine Vorgeschichte ganz spannend. Erzähl doch mal so ein bisschen, aus welcher Richtung du denn überhaupt kommst. Ja, also ich habe tatsächlich auch was Handwerkliches gelernt. Ich habe Malen und Lackieren gelernt. Habe dann drei Jahre Ausbildung und war noch drei Jahre dann als Geselle auf der Baustelle. Habe da meine Erfahrungen gesammelt. Wollte dann aber tatsächlich auch ein bisschen noch was sehen, was dann auch im Büro abgeht und ein bisschen auch über den Tellerrand hinausschauen. Und habe dann nochmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Auch bei einer Firma, da ging es dann schon um Druckerkopierer, um Dokumentmanagementsysteme. Also schon so ein bisschen Digitalisierungsthemen. Da war ich dann auch knapp vier Jahre. War dann im Projektmanagement und im Vertrieb auch im Innendienst. Wollte dann aber auch Vertrieb machen. Hattete da Bock drauf, auch gerade in die Digitalisierungsthemen einzusteigen. Habe dann bei einer IT-Firma dann im Vertrieb gearbeitet. IT-Infrastruktur, Cloud-Lösungen, so Arbeitsplätze der Zukunft eigentlich. Und dann tatsächlich, dadurch bin ich ja dann irgendwann über Netzwerk dann zum Gröber gekommen. Und dann stand ich da quasi mal vor der Tür und haben die gesagt, so ein Kollege wie dich bräuchte man eigentlich. Und dann habe ich so gedacht, ja okay, hören wir uns mal an. Und dann so haben wir uns gefunden tatsächlich. Das ist ja auch so, dass du wirklich Hand in Hand mit dem Hermann Blatt nur zusammenarbeitest. So hat man das Gefühl zumindest, wenn ich jetzt so drauf schaue, was total interessant ist, weil du ja auch Einblicke in Richtung Unternehmensführung auch bekommst. Jetzt hat man dich eingestellt, dass du dich um das Thema Digitalisierung kümmern sollst. Man hört immer wieder, Handwerk, Digitalisierung soll zusammenwachsen, ist aber irgendwie noch nicht so richtig passiert. Das ist meine Wahrnehmung. Welche Projekte hattest du und wie läuft es gerade bei euch an das Thema Digitalisierung? Also tatsächlich ist es schon ein schwierigeres Thema, finde ich, weil halt die Menschen drumherum müssen Lust haben, auch mit einem Handy zu arbeiten, das als Handwerkzeug zu sehen und den Vorteil zu sehen. Die junge Generation, die fordert das auch ein. Die wollen ein Handy, am besten auch ein Tablet. Das versuchen wir auch zu realisieren und dass man das einfach schon vornherein in seinen Arbeitsalltag integriert. Vielen Dank für das Unternehmen. Ja, sehr gerne. Macht's gut. Wir werden gleich das Stefan sehen, wie er uns zeigt, wie er die Heizung hier einbaut. Vielleicht kannst du noch mal kurz die Arbeitsschritte sagen. Genau, also wir produzieren die Platte ja selber mit einem CNC-Frästisch. Bei uns in der Schule oder überall gibt es so einen Tisch. Dann haben wir gesagt, das probieren wir mal. Und dann haben wir praktisch die fertige Platte, die steht jetzt ja schon hier mit dem Heizrohr drin. Und die liefern wir auf die Baustelle. Und dann tun wir mit dieser Schablone hier, das haben wir nachher gleich noch kurz anzeichnet, wo die Rohre denn in der Platte versteckt sind. Okay. Weil das ist nachher ganz wichtig fürs Hochschrauben. Also wenn wir die Platte hochschrauben, wollen wir ja nicht gerade so ein Heizrohr erwischen. Also deswegen machen wir hier kurz das noch drauf, dass man sieht, wo die Leitungen laufen. Und dann schrauben wir es einfach nur wie eine normale Gipskartonplatte an die Decke. Also es ist ja die gleiche Unterkonstruktion, die gleiche Vorgehensweise. Und wenn es dann oben festgeschraubt ist, dann, wie gesagt, werden noch die Heizrohre untereinander verbunden, dass es einen Heizkreis gibt. Und der wird dann wiederum hier, hier sieht man den Heizkreisverteiler jetzt, also hier werden dann zum Schluss die ganzen Leitungen hingeführt und dann verbunden. Und dann kommt der Heizungsbauer und nimmt das in Betrieb. Ich habe in der Zwischenzeit gelernt, dass Handwerksunternehmen echt viele Herausforderungen haben. Also einmal gibt es das Thema Mitarbeitergewinnung. Das ist ein Thema, dann soll am besten, im besten Fall in Handwerksunternehmen neben der Baustelle, da muss nämlich auch alles passen, muss ja auch abgeschlossen werden, noch im Internet aktiv sein, Homepage, Social Media und so weiter. Und dann gibt es das große Thema, was natürlich auch von den Medien oft auseinandergenommen wird, das Thema Nachhaltigkeit. Und die Frage stelle ich immer, was bedeutet für euch denn Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass die Dinge, die wir tun, auch nachhaltig sind. Das heißt, eine gute Qualität, die lange Bestand hat, dass die Energie, die wir einsetzen, um was zu schaffen, dann halt auch lange trägt und dann nach zwei Jahren wieder abgerissen wird oder irgendwie dann keinen Wert mehr hat nach kurzer Zeit. Und da ist für mich das klassische Beispiel, das Wärmedämmung, was wir hier hinter uns haben, Geschichte, wo eigentlich 50 Jahre immer Gebäude ist, nie kaputt geht, nicht gewartet werden muss. Und das ist für mich nachhaltig, wenn man nachhaltig zum Beispiel Energie spart oder Materialien einsetzt, die keine Emissionen haben, die im Prinzip dann nicht die Raumluft verseuchen und da ein bisschen back to the roots, also einfach vielleicht nur kalt mit Sand verwendet im Innenbereich, um da halt dauerhaft gute Lösungen zu finden und nicht, sage ich mal, schnell und billig, sondern lieber gut und langlebig. Das ist eigentlich unser Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber Immobilie ist immer eine langfristige Investition und alles, was wir in der Immobilie machen, sollte auch lang funktionieren. Dankeschön für das Interview. Bitte sehr. Und wir sehen uns demnächst auf eurem Rollfest. Dann machen wir es, genau. Wir sind nun bei unserer Wette angekommen. Die Tochter des Geschäftsführers macht die Wette mit mir. Da bin ich schon ganz gespannt. Vielleicht stell dich mal kurz vor, wer bist du und was hast du bisher gemacht? Genau, also ich bin Risa Blattner, ich bin jetzt 26 Jahre alt. Ich habe meinen Stukaturmeister gemacht und habe dann noch Innenarchitektur studiert und bin jetzt seit einem knappen halben Jahr hier bei uns mit dem Unternehmen. Also du hast studiert? Das passt perfekt zur Wette, weil wir spielen Bierpong. Ohne Bierpong zum Wetteinsatz. Also wenn die Firma Gröber, du stellvertretend, gewinnt, dann darf ich bei dem nächsten Grillfest grillen für das ganze Team. Aber wenn ich gewinne, dann sind der Julian und ich eingeladen bei euch auf eurem Grillfest. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Ich gebe mein Bestes. Toi, toi, toi. Die Spielregeln sind folgende. Wir haben drei Versuche und wer am meisten trifft, der gewinnt. Also ganz einfach und wir legen jetzt los. Wann ist denn euer Grillfest? Ich glaube, dann gibt es noch kein Datum. Das zählt aber. Zählt. Zählt. Der war drin. Also, dann habe ich verloren, oder? Ich darf grillen und da mache ich dann auf jeden Fall noch ein Video. Also vielen Dank an euch. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Bis bald. Heute geht's nur um mich, weil ich gerade so krass genieße. Hab ein Lachen im Gesicht, weil was ich mache, ich lieb's. Hör von niemandem ein Nein. Kein Besser, lass es sein. Die Welt steht mir so offen. Mach ich denn Astronautenschein? Oder schau euch mal bei Inside Handwerk rein. Egal was ich mache, Mann, egal was noch kommt. Niemand soll mir sagen, dass ihr war umsonst.